Die Kinderimpfung ist mittlerweile zugelassen von der EMA und wird auch vom Nationalen Impfgremium empfohlen. Ist zugelassen ab einem Alter von fünf Jahren und soll dementsprechend auch verimpft werden. Der Vorteil von den geimpften Kindern ist, dass man einerseits diese wirklich schweren Verläufe gut verhindern kann. Also diese PIMS- oder MIS-C-Fälle kann man damit sehr gut verhindern. Und auf der anderen Seite hat man ebenso wie bei den Erwachsenen wirklich den Vorteil, dass man damit auch die Wahrscheinlichkeit von Long-Covid dementsprechend minimiert. Untertitelung des ZDF, 2020